Die sind geil, ne? Wenn die so spawnen wie die Verrückten, kann man da. Okay, mach mal 10 TNT, bitte. Oder mach nur... Mach nur 3, danke. Regenerieren, ich hab vergessen. Willst du Regeneration haben? Bin grad schon hier unten, ne? Okay. Kann ich die leider gar nicht runterschmeißen. Sonst hätte ich dir meine Regeneration Potions ge... Oder Aspirin gegeben. Aspirin? Hm? Und Aspirin hast du 3 Minuten Regeneration. Ne, du Missgeburt. Ja. Na, kannst du doch das so sagen, Mensch, das ist doch keine Missgeburt. Doch. Gott. Ja, hier ist noch ein Spawner. Muss ich das 10-fach herstellen, oder muss ich nur 10, äh... Da ist auch noch ein Spawner. Ja. Ich kann wundern, dass die hier so spawnen wie die wilden. Sack Gesichter. Na, nächste Quest... Ja, nächste Quest wird's fertig. Ja, mach du mal. Eine MK Stowage. Mit irgendwas drinne, von 1000 Sachen. Ein Typ, 1000 Sachen. Toll, Strom ist weg. Danke, Hardenet. Soll ich mir jetzt mal ne Hardenet? Ich hab das extra gemacht. Ich muss einfach nur ne... Ach, Jummi, von unten ne Hardenet. Nein, geht doch gar nicht. Klar geht das. Nein. Sicher, sicher. Nigga, Nigga. Einfach in die Kiste neben dir greifen und dann raust du unten. Nein. Er läuft da hinten hin und holt die andere. Läuft doch. Was ist los? Jetzt ist noch nicht was da hinkommt. Oder was dazugekommen ist. Äh... Collard Bricks? Ne, was ist denn dazugekommen? Nimm doch die vollen sonst raus und lass die drin, die du grad reingetan hast. Dann weißt du was. Okay, wo haben wir denn volle? Da ist ne volle. Ein bisschen verteilt, glaub ich. Ja, normal sieht man doch die vollen eigentlich, oder nicht? Ja, nur wenn du reinguckst. Naja, zeig dir doch draußen an, dass sie farbig dann sind. Ja, aber wenn da mehr drin ist, aber nicht wenn da nur ein Platz drin ist. Okay. Stimmt, in dem letzten Ding da ist noch ein Typ drin. Autsch. Ich bin hier die ganze Zeit. Hier ist noch was drin. Hier ist noch was drin. Jetzt müsste das Ding... Oh, nur da reingetan. ...leer sein. Da hast du irgendwo noch ein Ding mit... ...delegiert. Er hat auch keine Energie. Leer. Leer. Mal an. Oh, ach so. Leer, 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 leer. Leer, 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 leer... Ah, da sind noch Dinger. Okay. Das tut hier immer eben die leeren nach ganz links und die rechts vollen. Dann hat man das ein bisschen übersichtlich leer, leer, voll, voll, voll. Ich weiß nicht, dass du die da einfach nur so reingepfeffert hast. Hm? Ich weiß nicht, dass du die da nur so reingepfeffert hast, ne? Ja, hatte ich zuerst auch. Da ist auch noch ein Spawner. Boah ey. Spawner sind hier denn? Verdammte Scheiße. Ich kann nur, dass hier so viel Scheiß spawnen. Ist eigentlich hinter mir offen gewesen, ja. Ja, so viele Visors. Hier, Blaze Spawner, ne? Das ist heftig. Ja, soll immer schwerer werden, ne? Ja, ist es auch. Merkt man ja. Man merkt ja, wie schwer das schon ist. Dank. Autsch. 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 Achso, das sind die ganz großen Festplatten. Die lassen wir mal da drin haben. Auf jeden Fall sind hier überall noch welche versteckt am Spawnern. Okay. Dann nehmen wir nicht mehr raus. Und die drei nehme ich mal raus. Mal gucken, was wir bekommen haben. Bekommen haben wir, oh, 8128 Collablock in Rot. Ja, super. Okay. Aber ich würde das einfach mal drin lassen, um mal zu gucken, ob man es vielleicht noch braucht oder so. Mhm. Dann reiße ich wieder erst die Hade in der Zelt ab und lasse sie wieder aufladen unten. Und so langsam weiß ich, wo die ganzen Spawner versteckt sind. Aha. Immer standardmäßig in diesen ganzen Säulen, die ringsrum stehen. Ja, dann können sie das auch schnell abbauen. Mach ich auch. Tja. Ich fahre mich auf Eisen da durch. Äh, kann ich die nochmal machen? Ach, ich kann die Magnesiumquests nochmal machen, okay? Okay. Das heißt, ich kann alle 6 Stunden Magnesiumquests machen, wir kommen Magnesienohr. Alle 6 Stunden? Wie lange? Da müssen wir es her, dass du es gemacht hast. Gerade ist angefangen. Deswegen. Lass uns gehen. Lass uns gehen. THC. Oh, wir THC an. THC. Guck mal, das ist krass. Das ist schon praktisch, wenn man manchmal ins Loch reinfällt. Ihhh. Wenn die gerade schließen, dann bin ich gebrochen, wärst du dann da durch. 21, 30. 2. Vielleicht so. War ich nicht. Weiß ja nicht, was du hast, aber... C mal THC. Alter Schwede. 300H. 1. 2. 5. 5. Ich krieg' nen Anfall. 2. 4. 1. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. glaubst du nicht wieviel blaze ich schon dabei hab schon viel ja besonders wenn man looting hat ja dann geht es natürlich am besten so und 21 davon das geil ist block weg machen was taucht auf blaze was unterfällt sind wir mal froh dass hier keine gas spawner sind ja überdicht mal werden gas das ist ungeheule adi ist ganz so rein und 20 oder 29 bitte nicht 29 21 vielleicht sind weniger geworden so thc ist fertig gleich ich bin da oben batrachotoxion was batrach batrach ach du scheiße äh gerade habe ich einen kuh- ach einen bleichstift 31c alter schwede n2 10 stecks 1 verlass mich fand die scheiß place ne würde er grad hoch schießen mich unter die arschlöchen 56 davon